Ich begrüße dich ganz herzlich, du Rescue Headquarters der Tycoon. Da bin ich wieder und in der letzten Folge haben wir hier ein paar Dinge aufgerissen und ja, müssen heute schauen, dass wir hier mal wieder ein bisschen aufräumen und alles vorhanden ist. So, als erstes kommt mal dieses Fahrzeug hier rüber. So, dann schließen wir das schön an hier und dann sehen wir, da passt wahrscheinlich keines mehr hin. Also, wir haben hier eigentlich, so gesehen, noch einen Platz zur Verfügung. Ja, das wäre, ich denke, das ist zu eng. Wenn ich das hier hin mache, dann bleiben da drei, genau drei und es braucht vier. Es braucht vier Pfeile und es bleiben drei Pfeile übrig. So, demnach würde ich vorschlagen, dass wir hier das Gebäude wieder fertig machen, genau so. Und in dieser Ecke ganz einfach die Schränke reinpacken hier aus der Versorgung. So, das wäre ja hier, genau. Übrigens haben wir auch da noch Defizit, also die Garage sollte noch ein bisschen ausgebaut werden. Fürs Erste reicht es aber hier mal. Und ich würde auch hier das einfach mal zur Garage machen, dass da... Ach, sieht ein bisschen blöd aus da. Wir bauen das später wieder weg, natürlich. So, Türe ist gewährleistet, auch hier. So, und dann haben wir da unseren Versorgungsraum. Und da würde ich mal all diese Schränke reinmachen. Mehr kommt da nicht rein. Also, es sind wirklich nur Schränke für die Mediziner. Aktuell haben wir 50 Leute eingestellt. Es sind alle eingestellt, ist das Maximum erreicht. Wir können uns überlegen, da nochmals einen Schrank zu platzieren. Aber der Raum eignet sich wirklich geradezu perfekt. Muss man ja schon zugestehen. So, er könnte noch eins kürzer sein und dann wäre er genau perfekt. Und nur, dass er richtig gefüllt ist, setzen wir den da noch hin. So, dann kann ich auch 10 mehr einstellen dann gleich, sobald der gebaut ist. Gut. Das heißt wiederum, dass wir hier einen freien Raum haben, der somit hier abgebaut werden kann. So, weg damit. Und wir haben eine Trainingsanstalt, die auch völlig draußen ist. Diese werde ich auch mal gleich mit abbrechen. Ja, gewisse trainieren da weiter, kein Problem. Gut. Erstmal bauen wir das hier als Garage, dass hier einfach zu ist. Und es ist temporär reservierter Platz. Sagen wir es mal so. Also, Ambulanzbus muss auf jeden Fall noch einer her. Der ist noch das Ziel. Und dann vielleicht noch ein Polizeifahrzeug. Wir brauchen ja noch das Verfolgungsfahrzeug. Einmal mindestens, eher zweimal. Und ja, vielleicht hat es dann auch da keinen Platz. Gut. Und dann würde ich hier Küche machen. So, für das gehen wir hier hin. Küche. Natürlich wieder eins versetzt. Wie immer. Ich würde aber dieses eine Stück noch dem Aufenthaltsraum geben. Dass wir da auch ein bisschen breitere Möbel, oder dem Entspannungsbereich, dass da ein bisschen breitere Möbel Platz haben. So. Heisst aber nicht, dass da eine Ecke weg sein soll. So. Das triggert mich selbst. Gut. Okay. Küche ist offen. Ob die genügend Platz hat, das werden wir sehen. Wir können uns die richtige Küche leider noch nicht holen. Und ich würde hier, wie vorhin schon, einfach mal temporär wieder die Kühlschränke und die Donutautomaten hinstellen. So. Die kosten ja erstmal nicht so viel. So. Dann sollten da die Küchenprobleme weg sein. Da ist wieder was kaputt, was ich nicht reparieren kann gerade. Okay. Küche, seid ihr zufrieden? Ich hoffe es doch. Gut. Und dann fehlt da natürlich noch, ja, die Toilette. So. Den Trainingsraum, den würde ich mal hier hinten aufbauen. Wenn wir jetzt sagen, wir haben hier dann einen Helikopter, dann hat da bestimmt noch so ein länglicher Trainingsraum Platz. Den kann man ja immer noch ein bisschen anpassen. Trainingsraum. Ich mache ihn jetzt mal so groß. So. Mit einer Tür. Ich habe Glück gehabt, passt gerade. Weil es hat ja für die Feuerwehr ein paar Dinge. Und es hat auch für andere. Aber das würde ich jetzt mal zusammen machen. So. Zwei da. Wir haben auch noch nicht alles freigeschaltet. Also da passt nur einer. Ja, dann bleibt es da bei einem. Gut. Trainingsgeräte einsatzbereit. So. Das heißt auch nicht, dass das finale Layout ist. Also wir können ja das auch nach und nach noch ein bisschen anpassen. Gerade was die Toilette angeht. Da ist noch ein bisschen Nachholbedarf. Und hier haben wir zwei Gefangene. Ah ja. Und ich glaube... Ne. Der Fall ist voll. Da müssten wir weiter erforschen. Wir wollen aber zuerst den Hochleistungsmotor haben. Für da unten. Das wäre das erste Anliegen. Und danach im Gesundheitsbereich gibt es auch noch einige Dinge zu tun. So. Das heißt, wir brauchen neue Aufträge. Und da kommt auch schon bald die große Mission auf uns zu. Okay. Ich würde den nehmen. Vier Stück. 100 Prozent. So. Dann noch ein kleiner Auftrag. Ist immer die Frage, welchen nimmt man da? Ah ne. Es sind acht Leute. Zehn Leute bräuchte ich da. Dann nehme ich doch lieber den. Oder kriege ich die in den rein? Ja. Drei Leute ist halt... Ja. Ist dann doch zu wenig. Oder? Ah. Ich habe den gehabt. Ich depp. So. Leider habe ich keinen besseren Ausgebildeten mehr. Aber ihr habt auch mal den Tipp gegeben. Ich soll doch da die weniger Ausgebildeten nehmen. Und das können wir eigentlich auch mal machen. Ist nur so, dass wir dann natürlich mehr Leute brauchen. Aber wenn sowieso alle Platz haben wie hier. Macht das gar nichts aus. So. Und ihr seht, hier fehlt der Hochleistungsmotor. Deshalb schnell was machen. So. Und da fehlen jetzt die Waffen. Ne. Nicht den nehmen. 100 Prozent. Ja. Ist genau dieses Fahrzeug weg. Ist ja... War ja klar. So. Hier habe ich jetzt nur noch Anfänge. Und dann geht es halt da nicht auf. Ihr seht. Dann fehlen mir da Leute. Sechs. Zwei erste Hilfesets. Ich brauche dieses Fahrzeug für den nächsten Einsatz da. Drei Leute. Passt perfekt. 90 Prozent. Okay. Konnten kein Schließfach erreichen. Kann ja nicht sein. Die müssen sich halt ein bisschen sputen. Da geht das schon. So. Ihr seht. Diese Maschinen hier. Die sind so in Betrieb. Unglaublich. Die werden so nachgefragt. Also die Küche ist wahrscheinlich so noch zu klein. So. Nächste Schicht. Bitte. Und jetzt seht ihr. Haben wir da die 600 überstiegen. Muss schon bald aufpassen. Dass da nicht zu viel kommt. Aber. Wir gehen hin. Garage. Den da. Freischalten. Und natürlich sofort kaufen. Wir können später dann noch Ordnung machen. Ich würde gleich noch einen zweiten holen. So. Zwei Stück. Die reichen. Aber das brauchen wir noch. Unbedingt. Wir haben noch neue Bewerber. So. Die habe ich auch noch eingestellt. 60. Hier reicht dann glaube ich wirklich aus. Bei den anderen müssen wir noch schauen. Da sieht das noch nicht ganz so aus glaube ich. Also allenfalls können wir auch diesen Teil hier noch zu Toilette oder so umstellen. Weil das ist echt viel zu klein da hinten. Jetzt schauen wir uns aber erst mal diesen Raum hier an. Weil bei der Feuerwehr kommt eigentlich auch gar nicht mal so viel dazu. Wenn ich jetzt hier Versorgung schaue. Gut. Brechwerkzeug fehlt noch. Also zwei Dinge so gesehen. Also dann gehen wir doch mal hin. Machen den da hin. Den da. Dann brauche ich eine Wand die hier ist. So. Und stelle die dann auf diese Seite. Natürlich kommt da oben eine Tür rein. So. Dass es direkt erreichbar ist. Den auf diese Seite. Und hier will ich noch eine Wand hinstellen. Und noch einen dazu kaufen. Und dann haben wir wahrscheinlich auch da einen guten Wert erreicht. So. Neuer Einsatz. Neues Glück. Vier Leute. Plus den. Ist gut. So. Wir haben die beiden Fahrzeuge. Sehr schön. Die Waffen sind fast zu viel. Da kann ich die Waffen auch weglassen. Also wir haben ja zum Glück. Gut Waffen verfügbar. Das. Wenn wir nur ein Fahrzeug haben aktuell. Ja. Hier brauche ich jetzt mehr Leute. Das heißt ich nehme. Ja. Der macht schon. Der macht schon zu viel. Aber so sieht es gut aus. Ein Scharfschützengeschwärter. Die andere Ausrüstung ist gut. SWAT Team. Medizin. Und Erste Hilfe. Seht nicht zerstört. Oder wie. Wir haben zwei. Aber die reichen nicht. Was ist denn das da? Eineinhalb Stunden dauert der Arbeitszyklus. Das ist glaube ich neu dazu gekommen. Also es scheint mir so. Okay. Gut. Jetzt haben wir hier aufgeräumt. Jetzt haben wir hier noch diese Station. Die würde ich da ganz in die Ecke stellen. Die füllt Druckluftbehälter. Das sind die hier. So. Dann kommen die da hin. Und wir kaufen noch einen dazu. Ne. Das ist falsch. Aufbewahrung Druckluftbehälter. Und das ist die andere Station. Die können wir eigentlich schon hier hinstellen. Plus die Behälter hier hin. So. Ich möchte es ein bisschen mittig nehmen. Das ist der Lagerplatz für Feuerlöscher. So. Und dann ist eigentlich alles in diesem Gebäudeteil schon integriert. Und alles was da irgendwie sein müsste. So. Wenn ich das hier noch mit einer Wand abgrenze. Dann sieht das soweit gut aus. SWAT Ausrüstung. Schädigter. Haben wir noch Gefangene. Der wird gerade verhört. Also sieht gut aus. Neue Aufträge. So. Jetzt frage ich mich halt. Habe ich ein bisschen zu groß gebaut da? Das ist eine berechtigte Frage. So. Ah. Das ist schon zu viel. So. Reicht auch so. Kann es auch nicht kaputt gehen. Das muss man so sehen. Obwohl. Die Waffen in den Fahrzeugen. Die können ja komischerweise nicht kaputt gehen. Das wäre schon so gesehen interessant da. So. Ich muss die so austauschen. Dann bräuchte ich zehn Behälter. Wir haben aber weniger Platz. So. Jetzt habe ich wieder zwei Erste Hilfe Kits. Aus welchen Gründen auch immer. Gut. Das heißt. Wir haben hier einen großen Raum. Der irgendwie. Unnütz ist. Also gut. Ich habe ja gesagt. Es kommen noch Dinge hinzu. Das Brechwerkzeug. Und andere Dinge. Was holen wir uns denn am nächsten? Also bei der Küche. Finde ich nicht. Schlafzimmer ist ja auch temporär da unten. Das bräuchte natürlich auch noch einen Ort. Darf man nicht vergessen. Dann würde ich doch in diesem Bereich noch Toiletten machen. So. Mal das so. Also wie heißt hier Bad? So. Also seine Durchgangstoilette. Ein bisschen links lastig. So. Und dann haben wir hier auf dieser Seite eigentlich super. Ein paar Pissoirs Platz. Auf der anderen Seite ein paar Duschen. Und dann machen wir da eine Wand rein. So. Und dann kann der hier rein. Gab es nicht los den Wandspiegel? Oder habe ich mich jetzt geirrt? Schicht ist fertig. Ne. Das war alles. So. Aber wir können ja hier noch andere Dinge platzieren. Also die Raumgröße geht ja eigentlich perfekt auf. So gesehen. 100% hier. So. Ich versuche jetzt doch mal die zu schicken. Die noch nicht so oft was gemacht haben. Drei von vier. Vier von vier. Also das machen wir jetzt nur für die Erfahrung. So. Und das ist ganz leichter. Komm dann nehmen wir mal den. Wir haben sie gar noch nicht angeschaut. So sehen sie also aus. Leicht anders als die. Bisschen weniger kastenmäßig. Sonst ähnlich. Gut. Ja. Was sagt ihr denn zu neuen Toiletten? Leute hier. Das sieht doch gut aus. Zum Bad. Wollte ich sagen. So. Noch ein paar Duschen. Oder Toiletten. Ich denke eher mal Toiletten. Sonst können wir es immer noch abändern. Ist natürlich sehr eng. Aber man kann ja auch da drüben durchgehen. Aktuell ohne Türe. Wir können später da auch eine Tür setzen. Aber das gefällt mir schon mal sehr gut. Sie halten sich aber leider nicht hier auf. Weil der Aufenthaltsraum ist da. Und da müsste eigentlich die Toilette sein. Das hat so ein bisschen der Nachteil. So. Was holen wir uns denn jetzt noch so? Also im Büro. Das lohnt sich aktuell nicht. Vor allem das ist nur der Stuhl. Ich müsste mal das hier einblenden. Dann sehen wir es auch. Hier. Zum Beispiel Beweisaufbewahrung. Das ist da offen. Lohnt sich kaum hier. So. Ihr seht. Da kommt man auf 92%. So. Dann nehme ich das große Fahrzeug. Nämlich hier. Acht und den da. 100%. So. Und jetzt schau her. Und ein Fahrzeug ist natürlich weg. Das haben wir wieder toll hingekriegt. Ich brauche das weiter noch mehr. Polizisten. Noch ein Anfänger. So. Und dann fehlt mir genau dieses Fahrzeug. Aber 92%. Kann man glaube ich zufrieden sein. So. Aber bevor die zurückkommen. Wir müssen was Neues kaufen. Trainingsraum. Behandlungsraum. Behandlungsraum. Na komm. Wir investieren mal jetzt mal in der Behandlung was. Und zwar. Da. Intensivstation. Die war schon ein paar mal gefordert. So. Einmal da hin. Eine reicht da. Ja. Sollte gut sein so. Und hier für die Küche hätten wir die Tische. Die hole ich mir auch mal. Nur leider sind die ja so groß. Dass die hier kaum reinpassen. Zwei müssen fürs erste Mal reichen. So. Werden die Toiletten auch gebraucht. Also schon. Aber nicht. Äh. Wie gehofft. So. Wir haben jetzt schön hier alles beisammen. Und in diesem Raum sollten da schon noch die restlichen Gegenstände Platz haben. Auf jeden Fall. Der Raum muss vielleicht noch ein bisschen größer werden. Dann. Das sehen wir ja. Sobald wir da ein bisschen weiter sind. So. Also die Notfälle. Die Quote ist sehr gut. Wie ihr hier seht. So. Beweise. Ist der Speicher überschritten? Ah ja. Büro. Thema Büro. Da wollten wir noch was machen. So. Ich muss jetzt aber wieder lesen. Wie es genau war. Denn ihr seht. Wir haben hier. Beweise Aufbewahrung. Und Untersuchungsausschuss. Wandelt ein Fall in Geld und Reputationsbelohnung um. Akten in einem Fall. Und aktuell haben wir zwölf Fälle. Da ist natürlich die Akten in Fall. Und wer war das dann in einem Fall? Ja irgendwie geht es nicht auf. Aber. Das ist ja hier die große Kammer. Die viel Platz braucht. Deshalb ist das Büro eigentlich so groß. Und das ist dann das andere. So das ist zur Fallaufbewahrung. Also machen wir den noch da hin. Noch was. Zwei davon. Dass die auf jeden Fall mehr Fälle aufbewahren können. So. Zwei neue Einsätze. Lohnt sich das wieder hier. So. Besser so. Und dann besser hier. Wo wir mehr brauchen. Ja. Und ihr seht. Die sind alle müde. Weil ich die alle gebraucht habe. 100%. Das ist so gut. Soweit. Massenkontrolle. Dann nehme ich besser die mit da. In diesem Fahrzeug haben wir ja sowieso alle Platz. 110%. So ist 100%. Gut. Kann auch nichts kaputt gehen. Also. Ich bedanke mich bei euch vielmals fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge. Ich hoffe euch gefällt was wir da gemacht haben. Ich kann leider heute Abend oder das nächste Mal nicht sofort auf die Kommentare eingehen. Aber. Natürlich lassen sich immer Verbesserungen anbringen. Danke fürs Zuschauen. Wer es gefallen hat. Lässt ein Abo da. Ein Like. Oder einen Kommentar. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.